Hallo und herzlich willkommen zur neuen Runde Adventskalender bei uns. Und erstmal werde ich mal der Kaddi... Was denn? Ich kann das selber. Ich bin schon groß. Hol mal den Kalender. Genau, denn ich habe das nächste gewonnen. Aber ich kippe wenigstens die Milch rein. Ich mag da nicht so viel Milch. Ich mach's bis oben hin voll. Au. Ich ecke erst mal wieder überall an mit dem Milch. Hier, hab's dir voll gemacht. Ach nee, Fabi. Ich hab doch gesagt, ich will nicht so viel Milch. Alles klar? Ach man, du bist scheiße. Welcher Tag ist heute? Der vierte. Echt? So, jetzt kann man nur von dem Grinch wie dir kommen. Grinch? Ich freue mich da voll drauf. Du musst auf die Seite rücken, sonst kann ich nicht essen. Ö. Ö. Das ist schon wieder so ein Bären. Guck mal, wie voll der mir den Mist gemacht hat. So wie es soll. Und ich hab... Achso, ich hab übrigens gewonnen und ich habe... Was ist mit den Weintrauben? Birchermüsli. Also... Rosinen und Apfelstücke. Also Apfelstücke geil, aber Rosinen... Okay, ähm... Ach nee, ich muss mich ja jetzt freuen, damit ich dann nicht wiedergewählt werde. Ähm... Seht ihr mal, wie wunderbar lecker das aussieht? Der Food Designer, der das gemacht hat, der sollte auch entlassen werden. Ähm, okay. Dann kommen wir bitte in so ein dinges Müsli gescheit drapieren. Am besten auch mit Balsamico-Rand oder so. Da, schaut's euch an. Das ist quasi, was als nächstes kommt. Äh, spiegelt. Ähm, so. Perfekt. Während Katja noch ihr Müsli hier genießt, sage ich damit schon bis morgen und Fautel. Ja, für den Fabi. Fabi, Fabi. Und dann grüße ich aus, wenn ich esse. Bis morgen, ciao.